Wir haben doch sehr viel darüber diskutiert, dass unterschiedliche Aufenthaltsstatus natürlich schon problematisch sein können. Es kann anfangen bei der Kita, dass wenn irgendwie die Eltern einen anderen Aufenthaltsstatus haben, dass es Auswirkungen hat auf die Kinder. Ich war beim Tisch hier und Zugang zu Kultur und Freizeitangebote war das Thema bei uns, Fragen, Ideen sammeln. Verändert das was, wenn man so einen Ausweis hat, wo draufsteht, ich bin Bernerin oder ich bin Berner, fühlt man sich anders zugehörig zur Stadt oder vielleicht auch zum Land. Ja, also das haben wir in der Gruppe diskutiert. Wir waren einig, dass es eine gute Idee wäre. Mit FNN-Ausweis, Arbeitsstelle, Wohnen suchen, Lehrstelle suchen, auch Kita oder Tagi einen Platz zu finden. Wenn die Leute CityCard haben, diese Probleme, wir sind nicht sicher, aber diese Probleme zu losen zu finden und ist besser als jetzt. Für alle diese Ansprüche, sowie auch CityCard, braucht man auf meiner Ansicht einen Antrag an die Politik, um eine Motion für Ausländer, Partizipationsmotion zu stellen.